60 Sekunden Direktkontakt. Heute das Thema die vier Menschentypen. Lass uns direkt starten mit der Farbe Rot. Der Rotstrukturierte fragt sich immer, was habe ich davon, dass es andere Menschen auf diesem Planeten gibt? Wie ist die Körpersprache? Die Körpersprache im Roten ist eher dominant. Er hält gerne Abstand, er mag einen kräftigen Händedruck und vor allem er liebt den Augenkontakt. Wie ist bei ihm der Tonfall? Der Tonfall ist bei ihm eher stark, klar, selbstbewusst und vor allem direkt. Wie ist sein Sprechtempo eher schnell und zielstrebig? Und was benutzt er für Wörter bzw. was benutzt er für Inhalt, wenn er mit anderen kommuniziert? Zum Beispiel das Thema nicht für jeden geeignet. Gewinne und Resultate sind ihm wichtig. Neu einzigartig sollte es sein. Oder es muss ihm ganz einfach einen Vorteil bringen. Oder es muss sofort passieren. Also kurze Sätze verwenden und immer anpassungsfähig bleiben.